Was ist eine Hodenmasse? Ein abnormales Wachstum in einem Hoden wird als Hodenmasse bezeichnet. Ein Hoden ist eine Fortpflanzungsdrüse bei Männern und die meisten haben zwei dieser Drüsen im Hodensack oder Hodensack. Manchmal kann ein Mann die Masse fühlen oder er kann während einer körperlichen Routine entdeckt werden. Die Hodenmassen können gutartig oder bösartig sein. Aus diesem Grund sollte jede Masse sorgfältig von einem Arzt untersucht werden, um ihre Natur zu entdecken. Ein Hodenbrocken oder eine Hodenmasse kann durch Ansammlung von Flüssigkeit verursacht werden. Manchmal besteht die Flüssigkeit hauptsächlich aus toten Spermien. Diese Art von Masse wird als Spermaturzelle bezeichnet. Oft sammelt sich überschüssige klare Flüssigkeit und bildet eine Zyste um den Hoden, und diese Art von Wachstum wird als Hydroselle bezeichnet. Im Allgemeinen werden sowohl eine Spermaturzelle als auch eine Hydroselle als gutartige oder nicht krebsartige Wucherungen angesehen. Eine Masse kann auch durch eine Varicozelle verursacht werden. Diese Art von Masse entsteht durch eine Venenvergrößerung im Skrutum. Eine andere Art von Hodenmasse kann sich aufgrund einer Ansammlung von Blut in den Hoden umgebenden Bereichen entwickeln. Diese Maßen, die als Hämaturzellen bekannt sind, werden häufig nach einer Verletzung der Gegend gesehen. Andere häufige Ursachen für eine Hodenmasse sind Epididymitis und eine Leistenhernie. Epididymitis tritt auf, wenn sich der Epididymitis häufig aufgrund einer Infektion entzündet. Dies ist die Struktur, die Spermien transportiert. Darüber hinaus kann ein Leistenbruch auch ein abnormales Wachstum verursachen. Diese Art von Hämie besteht eigentlich aus Dünndarm, der durch schwache Bereiche in der Leiste flickt und eine Masse in einem Hoden oder Hodensack bildet. Eine der schwerwiegendsten Ursachen einer Hodenmasse ist ein bösartiger Tumor. Obwohl jeder Mann Hodenkrebs bekommen kann, ist er im Allgemeinen bei jüngeren Männern häufiger. Ein Hodentumor kann biopsiert werden, um zu bestätigen, dass er bösartig ist. Sobald die Malignität entdeckt wird, wird ein Behandlungsplan erstellt. Dies kann eine Operation zur Entfernung des Hodens und erforderlichenfalls eine Chemotherapie oder Bestrahlung umfassen. Die Symptome einer Hodenmasse können gleich sein, unabhängig davon, ob es sich um einen malignen oder gutartigen Tumor handelt. Bei manchen Männern kann die Masse deutlich sichtbar sein. Es kann auch Schmerzen und ein starkes Gefühl im Hodensack geben. Manchmal kann es auch zu einer erheblichen Schwellung und Empfindlichkeit kommen. In bestimmten Fällen kann eine Person eine Hodenmasse haben und keine Symptome zeigen. Bei einem Mann mit Hodenmasse wird eine vollständige ärztliche Untersuchung durchgeführt. Die meisten Ärzte bestellen einen bildgebenden Test, zb einen Computertomographen, um das Innere des Hodens zu untersuchen. Bei einer mit Flüssigkeit gefüllten Maße ist möglicherweise keine Behandlung oder ein einfacher Ablassvorgang erforderlich. Besonders problematische größere Maßen müssen möglicherweise operativ entfernt werden. Im Idealfall sollte ein Mann monatlich selbst Testikularuntersuchungen durchführen, um die Möglichkeit zu erhöhen, ein abnormales Wachstum so früh wie möglich zu erkennen.